Und wie klingt's? Hier ist gut. Klingt immer gut. Hallo, hier ist der Peter Spier von der Firma Schmitz Cypher Video aus Koblenz. Heute besprechen wir den kleinsten aller Radiallautsprecher der Marke MWL aus Berlin, die 126er, die hier so neben mir drohen und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Wir haben ja vor wenigen Wochen erst ein Video über das gesamte Spektrum von MWL gedreht, weil das eben ein echter Vollsortiment am HiFi ist. Also wir haben Vollverstärker, Quellgeräte, also Vorendstufen noch dazu und wir haben eben vor allen Dingen diese einmaligen Lautsprecher. Und das ist eigentlich für mich das Besondere an MWL, weil das klanglich etwas ganz hervorragendes macht. Und da gehen wir nachher mal genauer drauf ein. Aber geben wir erstmal noch ein bisschen auf die Technik ein, was ist ein Radialstrahler? Also Radial bedeutet erstmal, dass von einem Punkt aus wellenförmig, also kreisförmig der Ton entschwinden kann. Und um das herzustellen, baut MWL selber einen Hochtöner und einen Mitteltöner, der spannenderweise in jeder MWL-Box der gleiche Typ ist. Also von dem aktuellen Line-Up, das heißt von der kleinsten 126er bis hoch zur großen Extreme für utopische Summen, haben wir immer den gleichen Hochtöner. Also wir haben Mittel- und Hochtöner immer gleich von der Qualität. Und das hier, das ist er. Das ist der Hochtöner von MWL und das ist der Mitteltöner. Die sitzen hier oben und die sind immer frei zugänglich, weil eben von hier aus der Hochton und der Mittelton kreisförmig abgestrahlt wird. Das heißt, es darf ja jetzt hier nicht sein, was den Ton irgendwie behindert. Das ist aus verschiedenen Gründen sehr, sehr spannend. Ein normaler Lautsprecher richtet ja Töne aus dem Gehäuse nach vorne. Also wir haben so eine Art Trichter-Abstrahlung. Und hier, die Charakteristik ist eben deswegen spannend, weil wir zum Beispiel keinerlei Sweetspot-Effekte haben. Also wir können natürlich in der Mitte sitzen und Musik hören, also Musik genießen. Weil hier ist immer noch der gleiche Effekt bei einem normalen Lautsprecher, dass wir an dieser Stelle, wenn wir mittig zu den Lautsprechern sitzen, beide Lautsprecher gleich laut wahrnehmen und dadurch diesen Bühneneffekt haben, dass die Stimme plastisch in der Mitte ist, es unverschämt räumlich ist und es sich im Stereo-Klangbild also aufteilt. Aber das Coole ist, wir können super gesellig Musik hören, auch in unvorstellbar großen Räumen, weil wir also Sitzgruppen haben könnten oder mit mehreren Leuten auf dem Sofa sitzen können. Wenn jemand etwas anderes tut, von mir aus Schach spielt, keine Ahnung, am Tisch, oder Essen und Wohnen in einem Raum ist. Das sind also so Themen, wo MBL seine wahre Stärke ausspielt, weil wir eben sehr, sehr frei abstrahlen. So, wie machen die das? Wir haben hier einen Hochtöner, oben sitzen, der mit diesen kleinen Lamellen einmal ganz rundherum geführt wird und oberhalb des Hochtöners und hier das gleiche mit dem Mitteltöner, oberhalb des Mitteltöners, also hier auf dieser Ebene, sitzen ganz, ganz starke Magnete, Ninotymmagnete und die sorgen jetzt dafür, wenn hier hinten Musiksignal zugeführt wird, dass hier über kleine Drähtchen unten auf die Schwingspule die Wechselspannung, also der Strom eben fließt auf die Schwingspule und dadurch entsteht, wie bei einem klassischen Lautsprecher auch, ein elektromagnetisches Feld, das durch die Wechselspannung ständig die Pole ändert. Und dadurch haben wir den Effekt, Festmagnet, Wechselspannung, also Wechselmagnet, Festmagnet, dass wir eben stauchen und auseinanderziehen, stauchen und auseinanderziehen, passend zum Musiksignal und das eben jetzt in der Vertikalen und dadurch strahlen wir horizontal eben Musik ab. Also super spannend und anders als sonst. So, dazu haben wir mindestens drei Wege, immer bei MBL und eben auch bei der 126er. Die 126er verfügt dann als Tieftöner über 250 mm Aluminium-Chassis, die im Push-Push angeordnet sind. Das heißt, diese beiden hier im Gehäuse, oder hier sieht man es noch schöner, laufen gegenläufig. Also positive Halbwelle, beide raus, negative Halbwelle, beide rein. Haben wir schon bei anderen Herstellern, also das gibt es öfter. Hier ist es natürlich super praktisch, weil hier auch wieder, wir strahlen dadurch auch schon wieder sehr, sehr rund ab und ein schöner Nebeneffekt ist immer, wir haben neben generell sehr steifen Gehäuse, was MBL hier anbietet, den Vorteil, dass wir gar keine Vibrationen aufs Gehäuse geben und damit den Bass sehr, sehr trocken aus dem Gehäuse kriegen und aus einem sehr kleinen Volumen ein sehr mächtiges Bass-Fundament bekommen. Das liegt daran, dass wir jetzt ja 15er-Bass-Chassis auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben. Das heißt, die Membranfläche, die summiert sich auf 30. Und dadurch haben wir also viel mehr bewegte Masse, als wenn jetzt nur ein Chassis bewegt wird. Außerdem haben wir hier zusätzlich sehr, sehr leichtgängige Sicken, die einen sehr großen Hub erzeugen können. Das heißt, die können auch sehr weit raus und rein gehen. Untere Grenzfrequenz, die MBL bei der 126er spielt, sind so etwa 70 Hertz. Und man ist wirklich sehr, sehr positiv überrascht, was da passiert. Kommen wir nämlich mal zum Klang. Was habe ich mich auf die 126er gefreut? Ernsthaft, die kamen gestern Abend an oder gestern Vormittag. Und gestern Abend habe ich sie mit dem Kollegen Janik hier noch aufgebaut. Wir haben bis halb acht oder so hier gesessen und haben Lautsprecher gestellt und alles montiert. Die kommen in so einem riesigen Holzcase und dann kann man die auseinanderschrauben und die Ständer zusammenbauen. Und dann stehen die hier. Und ich finde, das ist deswegen so spektakulär, weil es so anders ist. Und das macht es so besonders. Und zwar folgendes. Die Räumlichkeit klanglicher Art eines Radialstrahlers ist unbeschreiblich krank. Also wir haben eine nach hinten raus eine Dreidimensionalität bei Liveaufnahmen. Klatschen. Ich habe Sarah Bareilles zum Beispiel gehört. Sitting on the Dog of the Bay. Finde ich ziemlich cool. Könnt ihr mal reinhören. So ein schwarz-weißes Cover. Ganz einfach. Fängt sie an. Ein bisschen klatschen. Piano. Alleine. Und singt. Und das ist... Ich kenne den Song schon gut. Und das Besondere finde ich jetzt hier, dass du jeden Song nochmal neu entdecken möchtest, wenn man mal mit MBL gehört hat. Weil sich die Songs so anders verhalten als zu jedem normalen Lautsprecher, den man kennt. Das muss nicht sein, dass das immer nur besser ist. Aber es ist so spannend. Du hockst da, hast irgendwie einen Streamer dran und bist nur am Skippen. Weil man einfach nochmal alles neu entdecken möchte. Wie verhält sie sich hier? Wie wirkt die Stimme hier? Wo steht jetzt zum Beispiel der Drummer im Hintergrund oder so bei einer Aufnahme? Oder wenn wir so Sachen wie Desmond, also Take Five, Paul Desmond und so hören und wenn die Positionierungen klar sind auf der Bühne, diese Durchhörbarkeit und das Publikum dazukommt. Das macht etwas ganz Großes. Und das ist eben der Trick bei MBL. Dieses Radialstrahlerprinzip sorgt eben dafür, dass wir genau umgekehrt zu jedem normalen Lautsprecher nicht den Hörraum außen vor lassen wollen. Also jeder normale Lautsprecher möchte ja den Aufnahmeraum abbilden. Und der MBL bildet auch den Aufnahmeraum ab. Natürlich, weil die Information des Aufnahmeraumes ja über die Aufnahme eben zum Lautsprecher kommt. Aber wir nehmen eben auch einen Teil des aktuellen Raumes, in dem wir sitzen, mit. Und das liegt an dem Verhältnis von direktem Schall und indirektem Schall. Also Reflektionsflächen, die außenrum sind, Wände, Gegenstände, ne? Art der Oberflächen. Also ist es, wenn wir zum Beispiel, das ist ganz lustig, wenn wir zum Beispiel bei einem normalen Lautsprecher hinten dran Glas haben, würden wir sagen, hm. Erste Reflektionsfläche ist ja oft hinten dran, weil die Entfernung ist sehr kurz von dem Lautsprecher zur Rückwand. Sagen wir mal, der steht von mir 80 Zentimeter weg oder so. Dann ist das ja meistens erstmal die erste Reflektionswelle. Die will ich eigentlich beim normalen Lautsprecher nicht so gut hören, weil ich ja die Reflektion nicht haben will. Sondern ich möchte es ja, ne? Aufnahmeraum. Aber bei MBL ist das ein total umgekehrtes Spiel. Die haben gerne Glas oder reflektierende Flächen, eine gemauerte Wand im Rückraum. Also sehr witzig. Und jetzt kann man eben sehr viel mit der Aufstellung spielen. Also sie sind sehr einfach vom Hinstellen, vom Handling her, weil es halt eben ein Radialstrahler ist und es in alle Richtungen strahlt. Aber man kann unheimlich viel damit spielen mit dem Verhältnis direkter Schall, indirekter Schall. Wie weit sitze ich weg? Das macht einen riesen Schritt. Oder wie weit ist die Box weg von der Außenwand oder von der Rückwand? Was habe ich dazwischen stehen? Sprich Bodenreflektionen, ne? Wie ist mein Boden? Also Teppich oder eben eine glatte Fläche. Also man kann hier ganz viel neu erleben von seiner eigenen Musiksammlung. Und das macht richtig viel Spaß. Ich kann euch nur zum Ende hin mal wieder einladen, nach Koblenz zu kommen. Wenn ihr Lust habt, das Ganze mal live mit mir oder den Kollegen zu erleben, kommt auch gerne mit dem Zug. Wir sind hier direkt beim Bahnhof. Und wir haben seit ganz kurzem einen neuen Podcast. Der heißt Aus Liebe zur Musik der Hi-Fi-Podcast. Findet ihr auf allen Plattformen, allen gängigen. Spotify, Deezer, Apple-Podcast, Google-Podcast und so weiter. Und da hört ihr uns wöchentlich ein bisschen über Musik plaudern und über die neuesten Hi-Fi-Themen. Einfach mal reinhören. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Musikhören und bis bald eine schöne Zeit. Ciao, ciao! Schmitz Hi-Fi – Aus Liebe zur Musik ich kann euch mir mal ein lieb presentieren. Vielen Dank.